Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zur weiteren Feige Cuphead für die Switch. So, mein Joypad ist wieder heile, nachdem ich es zusammengeklebt habe. Scherz beiseite. Wir machen weiter. Also wir haben jetzt ja noch ein paar Aufgaben hier, mit ihnen können wir reden, da haben wir schon. Wir gehen mal hier weiter. Da kriegen wir auf jeden Fall noch ein paar... Da ist der Shop da drüben. Da komme ich aber gar nicht so hin mit durch den Shop irgendwie hier. Gut, dann werden wir mal ein paar Münzen einsammeln, das könnten wir ja machen, indem wir diesen Weg hier, die Wege machen. Das sieht ein bisschen süße. Ich krieg dir nicht, er ist eine Abkürzung. Das haben so ein paar Gabauken letzte Woche gemacht. Nur so konnten sie mir bei den Attraktionen zuvor kommen. Sag mal, könnt ihr hier mitzeigen, wo hier die Abkürzung ist? Vielleicht kriegen wir die Abkürzung, wie das hier machen. Sprinten und Ballern. Witziger Jahrmarkt. Probier uns mal aus. Mal gespannt. Hitziger Jahrmarkt. Hört sich irgendwie an, als ob das kacke wird. Hehehe. Wird bestimmt mega scheiße. Pass auf. Oh. Komm mal zurück. Oh, Mann. Komm mal zurück. Oh, okay. Man kommt hier nur durch, wenn man... Ein bisschen... Ist besser, wenn man rennt. Wieso? Machen die nicht kaputt schießen? Das sind halt am meisten. Man kann die echt nicht kaputt schießen? Beschissen. Gehen wir mal unsere normale Waffe. Ich kann noch nicht weg. Tut der mir was? So, da unten tut eigentlich dieses Lauf-Ding mir was? Muss ich mal kurz testen. Aber wenn nicht, kann ich auch einfach stehen bleiben? Und der mir was? Ne. Gut. 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 ok 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 dann fallen die immer runter wann fallen die nicht runter muss man kurz mal überlegen run the gun oh mann der hüpft auch genau drauf wenn das ding kommt dann Da komme ich gar nicht hoch so, dann muss ich hier oder muss ich weiter springen, das könnte ich auch sein. Nein! Ey, das ist auch so bescheuert, es muss doch ein cooles Timing geben, wenn man gerade losläuft, oder? So bei allen Jump Runs gibt es immer so ein Timing. Man muss gar nichts machen, man muss nur laufen und über den richtigen Moment springen. Ah, hier anscheinend nicht. So. Oh. Guck mal. Oh, dann müssen wir nicht dagegen laufen. Okay. Aber man kann da rüber springen, das ist schon mal gut zu wissen. Hier geht's! Dun 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 Dun, die Musik ist irgendwie lustig. Nein, war nicht lustig. Oh nein, da kommt diese blöde Wall. Oh, das gibt's doch gar nicht. Also echt, das Timing ist echt für den Arsch. No go. No go. Schon vor genervt fünf Stunden. Oh, ich wusste das. Oh Mann. Unmöglich. Warum kann man die auch nicht abschießen? Boah. Na klar. Das ist noch ein guter Lauf eigentlich. Oh ja, dann versaut man das hier, ne? Boah. Oh. 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 Scheuer. Ich komme da jetzt nicht rauf. Und wir gehen. Ja. 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 Och Mann. Und. Ich hab dir besuchen. Da geht's in den Augen. Super. Und. Ja. Du, 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 du. Nein, Gott. Oh, Mann. Dann gleich nochmal die Scheiße machen. Musik geht irgendwann auf den Sack. Ich finde sie coole, wenn die Zähne auf den Sack. Ja. Warum kann ich nicht, Emi? Na, ich denke, Emi geht das nicht selber, ich sehe es wohl. Okay, aber man könnte von denen da hinten da rüberspringen, oder? Wo muss ich das hinkriegen? Jetzt, go! Wieso kann ich... Na klar. Nein! Wisst ihr, was ich die ganze Zeit vergessen habe? Ich kann ja auch noch fliegen, ich depp. Ich kann ja noch fliegen, warum wird sich diesen Flugding nie... Bescheid. Oh, den kann ja auch benutzen, warum nutze ich den die ganze Zeit? Echt, ne? Ich dann gelacht. Oh ja. Dumm. In der ganze Zeit, warum kann ich nicht so weit springen? Oh ja, gar nicht. Oh nein. Okay, dieses Fliegding muss man natürlich öfters benutzen. Das Fliegding. Aber jetzt wissen wir es ja auch. Oh, ja, ich möchte doch noch nicht trotzdem fliegen. Abends ist das Timing auch echt beschissen. Oh, guck mal, den Schuss hier noch. Oh, dann kriegt diese eine Kugel mich noch. So. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, guck mal. Moment. Moment. Oh nein. Oh? Oh? Oh! Oh! Aber ich habe ihn getötet. Und das war auch das Ende, glaube ich. Okay. Noch einmal. Nein. Gleich noch mal. Ich habe Lust, das Leben zu verlieren. Oh! Warum rennt der immer wieder zu mir hin, der Spacko? Das ist schon ein bisschen nervig, oder? Kann der nicht da hinten bleiben, Assi? Döde Sprungdinger. Oh! Ja! Jetzt, los! So, jetzt aber. Wah! Gesundheit! So, jetzt. Oh! Dad. Nice! Dad. Ich bin gerade da dringend. Ich bin gerade da, wo ist das Rad? Okay. Okay. I should pass a year, right? Okay. 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 Ich brauche noch ein, zwei Leben mehr hier, dann wird das glaube ich easy, obwohl wir haben es ja schon bis zum Ende geschafft, aber mal gucken. Das muss man doch irgendwie anders schaffen, ich muss da irgendwie anders rüberkommen, Warte, jetzt habe ich eine Idee, ah ok, warte, ich glaube ich weiß, gut, oh ne, dann ging jemand kaputt, das muss nochmal machen, soviel Leben darf man auch nicht verlieren. Oh man, das war klar, ein so ein Scheiß, wie ich noch kommt und mir das alles madig macht. Oh nein! Haha, na klar, ok, packen's, packen's. Ja, wieso, das ist so kacke, man kommt ja auch irgendwie nicht anders durch, wie soll ich also ich kommen. Es geht nicht, es geht nicht. So ein fieses Ding und auch eine Möglichkeit, Engel. Aber wenn ich gar nicht erst auf die schieße, überleg mal, überleg doch mal, wenn ich gar nicht auf die schieße, dann müsste es eigentlich gehen. Nein! Ach, ich brauche nicht auf die schieße, das war der Fehler. Ich muss ja trotzdem aufpassen. Oh man. Hier nicht. Ich finde, die Tassen sehen so süß aus. Ja, das war auch gar nicht so schlecht. Ja, ein Limpelort. Scheiße! Jetzt sage ich das. Und ein llevst es. wie es geht aber jetzt aber ich habe es im urin dass wir es jetzt schaffen oh klar sie haben mich getrifft äh was mag ich denn oh guck mal der ist aber schon kaputt aber es war auch deshalb bescheuert wie ich das gemacht habe naja 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 oa oa ua 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 Das war's für heute. Boah. Heiho heiho. Yes, das war ein guter Durchgang. Och man. Na und. So. So. Auger. Oh? was bin ich denn nein 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 ich tue mich statt zu springen ich tue mich statt zu springen ich tue mich statt zu springen ja ja jetzt genau auf den ziehen die ich haben wollte wahrscheinlich sehr gering aber ja ja wo wo So. So. Okay. Ah. Oh. Oh. ich schaffe die scheiße nach stunden gefühlten stunden da können wir sehen wie viele andere man braucht für diese scheiße wir geschafft endlich bei münzen aber auch bekommen fünf stück an der zahl gibt es jetzt die abkürzung jetzt können wir mal rüber geht zum shop jetzt die abkürzung sagt das gleiche normal dachte sie würde es was anderes sagen da wir dafür zu haben wir direkt zum shop gehen wartes lagen wartet also auch hier ein laden ist eine ganze reihe eine ganze kette im franchise unternehmen hat er da so ladung der fleckensalbe für mehr schaden angriff gedrückt halten keine schnell kein schnellfall da jetzt die präsentation das ok auch von motivare sprinten durchleist beim sprinten keinen schaden tolles verteidigungs manöver reise hohe flächenwerke normaler auf kosten der andere fahrzeug gibt es einen süßen das ist doch alles nur die rauchwäme nehmen und manche parieren die erste parade erfolgt automatisch du musst dazu nur springen ok jetzt aber nicht den jäger würde ich auch mal mitnehmen mal gucken zurück gucken was für eine waffe das ist die jägerwaffe ist die jägerwaffe ja probieren wir aber beim nächsten mal alles aus vielen dank fürs zuschauen bis dahin tschüss bis zum nächsten mal